Ist unser TV-Star ein Multitalent? Sebastian Deili wird heute nicht Schauspielern, er wird singen. Und er will sein Idol damit berühren. Ich glaube, dass die Haut und ihre Farben den Wert nicht eines Menschen je bestimmen. Ich glaube, niemand brauchte mehr zu darben, wenn auch der geben wird, der Heun nur nicht. Ich glaube, diese Welt müsste groß genug reich genug für uns alle sein. Oh, ich glaube, dieses Leben ist für uns genug, groß genug, sich daran zu erfreuen. Oh, ich glaube, das war. Herzlich Willkommen. Dankeschön. Darf ich wissen, wie du heißt? Sebastian ist mein Name. Sebastian, also du singst total toll. Ich stehe nicht so auf Musical. Irgendwie hat mich deine Stimme an Musical erinnert. Weil so wie du da stehst, ich meine, schon schade. Ja, Sebastian, es war schön gesungen, aber nicht auf der Ebene, wo ich einfach hier draufdrücken konnte. Ob du schön bist oder nicht, das kann ich dir am besten sagen. Aber vielen, vielen Dank auch für die Performance. Dankeschön. Dankeschön. Ich habe mich natürlich gefreut, dass jemand jetzt den Song gerade spielt. Ich kann mich gut daran erinnern. Ich habe zum 66. Geburtstag von Udo Jürgens den Song mit ihm performt. Von dem her denke ich, dass du den Song auch kennst. Ich saß damals, ich stand damals hinten in der Halle. Alles klar. Ich hatte mich reingeschlichen und bin seit diesem Tag Udo Jürgens und Xavier Naidoo Fan. Wow. Seit diesem Moment. Und ich wollte den heute vor dir singen. Und deswegen, und deswegen, und jetzt kommt es, und deswegen hättest du es besser machen müssen. Ja, weil es ist ein schweres Ding, wirklich. Ich habe damals Blut und Wasser geschwitzt. Ich habe wirklich gedacht, ich werde es richtiggehend verkacken, wirklich. Kann dir versprechen, du hast du nicht, war gut. Aber es war an einem seidenen Faden gehangen, wirklich. Also deswegen mein Respekt und alles, aber es hat nicht gereicht, um jetzt, um würdevoll hier drauf zu drücken. Also ich möchte mich nochmal bedanken bei allen, weil für mich war meine Trauma-Erfindung heute, dass ich heute vor euch und vor dir im Speziellen stehen darf und diese Song singen. Vielen Dank. Vielen Dank für die Blumen, vielen Dank für die Blumen, vielen Dank für die Blumen. Manchmal steht das Leben mit dir in Katz und Maus. Immer wird's was geben, einer der kriegt die Aus. Respekt. Ja. Hat er gut gemacht. Für die Blumen. Schlimm wäre gewesen, wenn er sich A nicht an den Song erinnert, wenn er sich B irgendwie nicht an mich erinnert. Oh ja.